Herzlich Willkommen zu den Plaudereien über himmlische Phänomene. Wenn Sie sich im Sommer einen Sonnenbrand geholt haben, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, woher die Energie kommt, die Ihnen da die Haut verbrannt hat? Oder die Energie gekommen ist, die Sie gebräunt hat durch die Sonnenstrahlung? Das ist sicherlich klar. Weiß jeder, ist Sonnenbrand und Sonnenbräune. Aber dass Sie, wenn Sie Ihre Heizung anwerfen, beim Erdöl oder bei Erdgas oder bei Steinkohle und bei Braunkohle, ebenfalls Sonnenenergie verbraten, das ist Ihnen vielleicht nicht so klar. Und es stellt sich in der Tat die Frage, woher hat die Sonne eigentlich Ihre Energie? Wir wissen ja heute, dass die Sonne schon seit etlichen Milliarden Jahren strahlt und ziemlich große Energiemengen abstrahlt. Woher nimmt die Ihre Energie und wieso ist dieser Ofen da oben nicht schon lange aus? Nun, zunächst einmal muss man mal festhalten, dass das, was wir an Sonnenenergie sehen, an einem schönen Sommertag, ja gar nicht das Einzige ist, was wir von der Sonne bekommen. Alles, was auf diesem Planeten ist, ist mehr oder weniger das Resultat der simplen astronomischen Erkenntnis, da ist ein Stern entstanden. Denn ein Stern, so wie die Sonne, hält Kraft seiner Schwerkraft alles in seinem Bann, was in seiner unmittelbaren Umgebung ist. Also alle Planeten, die im Sonnensystem laufen, laufen deswegen auf diesen Bahnen, weil dieser Stern in der Mitte so schwer ist. Der hat also die dominierende Masse. Und in der Tat ist es so, dass im Sonnensystem 99% der Masse in der Sonne stecken. Und das ist ganz wichtig für ihre Energieproduktion. Dann kann man sich nämlich vorstellen, dass dieser Gasball in der Mitte eine unglaubliche Last auf sich spürt. Also im Sonneninnern muss ein unglaublicher Druck herrschen, denn es ist nun mal so viel Materie zusammengeballt. Wir sehen also, wie gesagt, von der Sonne nur die Oberfläche. Wir sehen nur diese Strahlung, die von uns zu ihr kommt, mit unseren Augen. Deswegen sind unsere Augen in einem bestimmten Bereich empfindlich, nämlich im sichtbaren Licht, weil die Sonne, die Sonnenstrahlung, ihr Maximum im Sichtbaren hat. Wären wir um einen Stern, der im Infraroten leuchten würde zum Beispiel, dann hätten wir sicherlich Sensoren, die für infrarote Photonen wichtig wären. Aber die Sonne leuchtet nicht nur im sichtbaren Bereich. Sie leuchtet auch in Energiebereichen, die uns direkt gar nicht zugänglich sind. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild mitgebracht von einem Röntgensatelliten. Das ist das Röntgenbild der Sonne. Und man sieht auf diesem Bild also allerlei helle Flecke. Wie wir sehen werden, das sind Aktivitätszonen auf der Sonnenoberfläche, in denen unglaubliche Mengen magnetischer Energie freigesetzt werden. Die werden gespeichert in Federn und dabei wird Röntgenstrahlung erzeugt. Röntgenstrahlung heißt, das System ist ungefähr eine Million Kelvin heiß. Aber das ist nur die Oberfläche. Das, was man hier sieht, ist nur die Oberfläche. Der wirkliche Energiereaktor, der wirkliche Generator von Energie muss im Innern der Sonne sitzen. Denn über die Jahrhunderte haben sich natürlich viele Leute überlegt, wie funktioniert denn nun so ein Plasmaball, so ein Gasball dort oben. Und dabei ist man zu sehr, sehr merkwürdigen Erkenntnissen gekommen. Und das Ende der Geschichte will ich Ihnen jetzt noch nicht verraten. Aber wir werden sehen, das Ende läuft natürlich auf den Mittelpunkt der Sonne hinaus. Noch mal, das, was dieser Gasball in einem Abstand von acht Lichtminuten auf die Erde schickt an Energie, ist das, wovon alles lebt, was auf diesem Planeten ist. Also namentlich auch Steinkohle. Sie wissen ja, das sind die abgelagerten organischen Reste von Generationen von Tieren und Pflanzen, die zusammengepresst wurden. Alles, was an chemischer Energie freigesetzt wird in Pflanzen, stammt letzten Endes von der Sonne. Denn die Pflanzen bekommen ihre Energie von der Sonne über Photosynthese, setzen das um und damit haben wir wieder Sonnenenergie. Um es auf den Punkt zu bringen, die Tatsache, dass sich Gehirne über die Sonne Gedanken machen, bedeutet, die Sonne macht sich über sich selbst Gedanken. Denn die Energie, aus denen diese ganzen biochemischen Vorgehen gespeist werden, kommen von der Sonne. Das Wetter, wir sind ja sehr abhängig davon, wie die Wetterlage ist, ist auch eine Frage davon, wie die Atmosphäre aufgeheizt wird. Ob die Atmosphäre, wie das Wasser aufgeheizt wird, das treibt ganz wesentliche Strömungen auf der Erde an und bedeutet für uns natürlich die alltäglichen Lebensumstände. Die Sonne dominiert alles. Es ist also nicht nur der Sonnenbrand und das bisschen Bräune, was uns mit der Sonne verbindet, sondern letzten Endes ist die Tatsache, dass die Sonne existiert, der Grund dafür, dass wir überhaupt da sind. Nun, woher nimmt jetzt die Sonne ihre Energie? Vor 200, 300 Jahren, als die wirkliche astronomische Beobachtung anfing mit Fernrohren, hat man zum ersten Mal wirklich festgestellt, was sich auf diesem Himmelskörper eigentlich abspielt. Und man hat dann versucht auszurechnen, wie lange hat die Sonne schon diese große Leuchtkraft, die sie produziert? Man kann das in verschiedener Art und Weise ausdrücken. Also an einem schönen Sommertag zum Beispiel wirft die Sonne einen Heizwert von ungefähr einem Brikett auf einen Quadratmeter Erdboden. Man kann es auch umrechnen, man kann fragen, was ist die Leuchtkraft an der Sonnenoberfläche? Und dann sind es ungefähr eine Million Glühbirnen, die dort von einem Quadratmeter Sonnenoberfläche auf uns runterstrahlen. Aber nur im sichtbaren Licht. Sie wissen ja jetzt, dass auch die Sonne starke Röntgenstrahlung macht und da ist es natürlich noch viel deutlicher. Es wird also sehr, sehr viel Energie produziert und das tut dieser Gasball, der immerhin mit einem Radius von 700.000 Kilometern deutlich größer ist als alles, was wir uns an Himmelskörpern vorstellen können, dieser Gasball schon eine ganze Weile. Nun, vor ein paar hundert Jahren wusste man das noch nicht. Vor ein paar hundert Jahren hat man sich überlegt, nun, woher kann so ein Gasball seine Energie gewinnen? Eigentlich nur durch Kontraktion. Erst einen Moment, stimmt gar nicht. Am Anfang hatte man gedacht, es ist Verbrennung. Da wird was verbrannt im Inneren. Und das Verbrennen von Sauerstoff zu Wasserstoff hat dann Helmholtz ausgerechnet, tja, das dauert nur 3000 Jahre. Und 3000 Jahre ist selbst für die damaligen Begriffe ein bisschen kurz. Also nach der Bibel wäre ja die Erde so 5.500 bis 6.000 Jahre alt. Also 3000 Jahre war zu knapp. Dann haben sich ebenfalls Helmholtz und andere überlegt, die Sonne könnte ihre Energie gewinnen durch Schrumpfung. Dadurch, dass ein schwerer Körper, also ein sehr, sehr schwerer Körper, und die Sonne ist sehr schwer, kontrahiert, wird sie heißer. Und dadurch, dass sie heißer wird, könnte sie verbrennen, könnte sie in ihrem Inneren Verbrennung durchführen, also normale Verbrennungsvorgänge wie in einem Motor. Und dadurch hätte die Oberfläche eine bestimmte Temperatur wieder abstrahlen. Zwischendurch hat Robert Mayer gedacht, dass dieser Plasmaball seine Energie dadurch bekommt, dass von außen Material auf ihn drauf fällt. Also das heißt, seine Masse würde systematisch größer werden. Das hat man aber bereits vor 170 Jahren gewusst, kann nicht sein. Denn wenn die Masse größer wird, dann würden die Planeten mit ihren Bahnen langsam an die Sonne herangezogen werden. Denn die Planetenbahnen sind ja nun der Ausdruck dafür zwischen dem Gleichgewicht der Zentrifugalkraft nach draußen und der Schwerkraft nach innen. Wenn die Schwerkraft immer größer würde, weil dieser Ball immer schwerer würde, dann würden die Planetenbahnen systematisch nach innen laufen. Das kann aber nicht sein, denn wir haben ordentliche Himmelsbeobachtungen seit ein paar tausend Jahren und deswegen weiß man, dass die Planetenbahnen sehr stabil waren die ganze Zeit. Nun, was soll es also sein? Sie bekommt offensichtlich ihre Energiequelle nicht von draußen und durch Schrumpfen kann es auch nicht gehen. Und es gab also einige hervorragende Geister ihrer Zeit, die haben sich alles Mögliche überlegt. Es war relativ schnell klar, dass es nicht durch Verbrennung gehen kann. Es kann auch nicht dadurch passieren, dass irgendwelche elektrischen Vorgänge stattfinden. Und wie so oft spielen ganz verschiedene Dinge in der Physik, natürlich auch in der Astrophysik zusammen. Und hier war es die entscheidende Erkenntnis, dass Energie und Masse dasselbe sind. Einsteins Formel E ist gleich mc² brachte Sir Arthur Eddington in den 20er Jahren dazu zu fragen, was würde denn passieren, wenn wir einen Teil der atomaren Energie, also der Kernenergie, wirklich freisetzen können, dadurch, dass wir Teilchen miteinander verschmelzen. Also nicht das tun, was wir heute in unseren Atomkraftwerken tun, also große Kerne zerschlagen, sondern kleine Kerne verschmelzen. Es ist nämlich lustigerweise so, dass also bestimmte Kernsorten, wenn sie klein sind, durch die Verschmelzung miteinander sehr viel stabilere Konfiguration annehmen. Und alle Elemente sind ja nun mal schließlich in Sternen erbrütet worden, alle Elemente außer Wasserstoff und Helium. Und so ist unsere Sonne ja im Wesentlichen ein Wasserstoffball, der in seinem Inneren vier Wasserstoffatome dazu bringt, zu Helium zu fusionieren. Helium, das sind zwei Protonen, also zwei positive Teilchen und zwei neutrale Teilchen, zwei Neutronen. Und die bilden zusammen einen großen Atomkern, der aber letzten Endes aus vier Wasserstoffprotonen zustande gekommen ist. Bei diesem Verschmelzungsprozess wird Bindungsenergie frei. Also diese vier Teilchen, die sich zusammenfinden aus diesen vier Einzelteilchen, die sind zusammen leichter als die Summe der vier Einzelteilchen. Und diese Bindungsenergie ist es nun, die im Inneren dieses Plasmaballs produziert wird und nach außen dringt. Der Abstand zwischen diesem Plasmaball und uns sind acht Lichtminuten. Das heißt also, das Licht braucht zu uns acht Minuten. Aber raten Sie mal, wie lange das Licht braucht, um von diesem, von dem inneren Zentrum dieses Plasmaballs bis an seine Oberfläche zu kommen. Kommen Sie nie drauf? 30.000 Jahre Minimum. Das liegt daran, weil dieses Ding so schwer ist, ist alles natürlich sehr dicht. Ein Photon ist quasi auch nur ein Mensch und wird angestoßen. Dadurch, dass die Dichte eben sehr hoch ist, können die Photonen, die im Inneren entstehen, und das sind Gamma-Photonen, also sehr hochenergetische Photonen, die können sich nicht frei bewegen, sondern die werden geschubst, teilweise werden sie absorbiert und wieder abgestrahlt und bei jedem dieser Vorgänge verlieren die Photonen Energie. Also ein Photon wurde vor 30.000 Jahren geboren als Gamma-Quant im Inneren und wird systematisch durch unglaublich viele Stöße erst zu einem Röntgenquant, dann zu einem UV-Photon und irgendwann, wenn es die Oberfläche dann erreicht hat, ist es tatsächlich zum optischen Photon geworden und läuft frei davon. Danach wird es nicht mehr gestoppt. Also das Licht, was uns momentan auf der Erde erleuchtet, das ist im Wesentlichen eines, was zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als die Menschen sich noch mit Steinechsen bearbeitet haben. Die Energie wird aber im Sonneninnern nicht nur durch Strahlung hervorgebracht, sondern noch durch einen anderen Vorgang. Dieser andere Vorgang entsteht dadurch, dass die Wärme, die aus dem Inneren dieser Sonne langsam nach oben dringt, systematische Probleme bekommt, nach außen zu kommen. Irgendwann ist das Plasma um dieses Photonenbad im Inneren, dort wo der Wasserstoff zu Helium verbrannt wird, das ist inzwischen schon eine ganze Weile passiert, also viereinhalb Milliarden Jahre. Am Anfang war bei einem Kilogramm Sonnenmaterie nur 286 Gramm Helium, jetzt sind es 700 Gramm Helium. Das heißt, ein großer Teil des Sterninnern ist bereits zu Helium verbrannt worden. Und dieser Verbrennungsvorgang im Inneren hat an einer ganz gewissen Stelle in dem Sonnenbereich Probleme wirklich abtransportiert zu werden. Und es geht nicht mehr dadurch, dass die Photonen miteinander, mit den Teilchen stoßen, also an Elektronen gestoßen werden, sondern auf einmal fängt das Plasma an, insgesamt große Konvektionsbewegungen zu verursachen. Also so wie wir das zum Beispiel von der Erde her kennen, wenn von oben die Luft richtig heiß gemacht wird, dann fängt die Luft richtig an zu zirkulieren, wie wir das ja auch vom Wetter her kennen, von den großen hohen Tiefdruckgebieten. Und diese Konvektionsbewegungen sind dafür verantwortlich, dass wir solche Phänomene auf der Oberfläche sehen. Das ist praktisch der Vorgang, der sich im Inneren der Sonne abspielt und systematisch Energie nach oben kocht. Das Material kühlt ab und fällt wieder runter. Nun, so ein Prozess, dieser Kernfusionsprozess, verläuft natürlich nicht perfekt ab. Das dauert immer, man hat natürlich eine gewisse Effizienz. Insgesamt könnte die Sonne, wenn sie wirklich ihren gesamten Vorrat an Wasserstoff zu Helium verbrennt, viel älter werden, als sie es tatsächlich wird. Sie hat natürlich eine gewisse Effizienz, wie ich schon sagte, und das sind ungefähr so 10 Prozent. Das heißt, sie wird insgesamt 10 Milliarden Jahre alt werden. Sie ist jetzt 4,5 Milliarden Jahre alt, also im besten Sternenalter quasi. Sie sitzt in aller Ruhe auf der sogenannten Hauptreihe, verkocht in Ruhe ihren Wasserstoff aus im Inneren und strahlt relativ ruhig. Man muss allerdings sagen, winzige Veränderungen der Sonnenleuchtkraft von 0,1 Prozent nur reichen bereits aus, um hier auf der Erde Katastrophen im Wetter hervorzurufen, Eiszeiten hervorzurufen. Das heißt, wir sind extrem eng daran gekoppelt, wie dieser Himmelskörper, der da in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer auf uns herunterstrahlt und uns überhaupt erst entstehen ließ, wie dieser Himmelskörper funktioniert. Wir wissen das heute. Wir wissen ein bisschen darüber, welche Art von Strahlungsprozesse im Inneren stattfinden, obwohl wir gar nicht direkt reingucken können. Die Sonne ist ja für uns nicht wirklich sichtbar. Wir können ja kaum etwas darüber erfahren, was sich im Inneren tatsächlich abspielt. Das geht nur heutzutage mit ganz modernem Equipment. Das werden Teilchen, bei diesen Verbrennungsprozessen werden Teilchen existieren, treten Teilchen auf, die durch die Sonne hindurch gehen. Und so haben wir heute ein direktes Bild, allerdings nur mit technischen Möglichkeiten, uns etwas über die Sonne zu erfahren. Aber de facto ist die Sonnenforschung immer noch unglaublich aktiv. Und die Irrtümer des letzten Jahrhunderts haben dazu geführt, dass wir jetzt im Ausgang des 20. Jahrhunderts einigermaßen darüber wissen, wie dieses Muttergestirn da draußen wirklich funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020